Die Zäsürer, die seit 2015 bei uns sind, die unter Merkel damals gekommen sind, das ist jetzt acht Jahre her, die bekommen momentan sehr großzügig die deutschen Pässe, sind aber noch nicht unbedingt im Arbeitsmarkt integriert. Und ich sehe das als politischen Fehler hier, zu schnell denen mit dem Pass hinterherzulaufen, ohne zu erwarten, dass die vorher einen Arbeitsplatz haben und sich integriert haben. Da sagen die dann, dann geht das mit. Ich finde das eine schwierige Formierung. Aber hinterherlaufen tut doch niemand. Wer läuft hier irgendjemand mit dem deutschen Pass hinterher? Ja, die Ampel. Also die Ampel ist sehr groß. Die Ampel händigt hier die Pässe aus, die hat die Einbürgerung erleichtert. Sie sind natürlich als Vertreter einer konservativen Partei in einer schwierigen Situation gerade, weil es am rechten Rand eine Partei gibt, die gerade wahnsinnige Umfragezahlen hat. Ich weiß nur nicht, ob das hilft, die Sprache dieser Leute zu übernehmen. Und das ist dann doch immer wieder der Fall. Und da verrutscht was. Und ich finde das nicht unerheblich, wie man über sowas redet.